aber man mag es ja so manchmal wo es ist ja nicht immer schlecht okay dann habe ich noch jetzt nur noch die würde ich immer auch irgendwo aufstellen war mir unten und dann kann ich mir das holz nämlich einmal nehmen das holz brauchen wir sowieso wir müssen fußböden machen fußboden ohne ende das nützt nichts das habe ich jetzt mal darauf gestellt weil sonst auch echt so hier hinten wollen wir einen ausgang machen gute julia mit rein und dann ist das auch auch wieder dicht und wir haben ja auch noch ich wollte jetzt sagen zäune später dann können wir dann wenn man das anpflanzen und sowas können wir dann auch zäunen das wäre doch super es geht schon um einige schneller mit dieser axt hier dann verschwindet das auch mal da haben wir noch mal kohle ja kohle brauchen wir dringend angeln werden wir dann auch noch auf jeden fall machen da kommt noch so einiges 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 das fleischi drin guck mal fettes saftiges fleisch damit habe ich ihr lager jetzt komplett zerstört glaube ich dann baue ich die mal dahin dann haben wir hier immer noch ein setzling haben einmal gebratenes fleisch aufgehoben lecker 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 da die roten bischen müssen auch mal weg da ist mir doch der busch da ins wasser gefallen was ist denn ok pass auf dann machen wir jetzt mal die fußböden ach ich zeige mich hier aber davon baut der muss auch wieder weg naja ist ja nicht so wilde und zu weit glaube ich fast dann will ich das hier nach oben haben dann ziemlich kleines zimmer hier aber das ist nicht so wild gut dann haben wir das erst mal ich muss erst mal gucken wie ich das dann zu ende aber aber weil ich müsste dann glaube ich noch weiter auch oben dann mache ich das hier rum über das jahr runter und dann ist hier schluss denke ich dann ist die wohnung auf riesig ok können wir jetzt die stein dinger machen eben schnell wir haben ja noch neun zur verfügung wir reichen aber hinten und vorne nicht alle so und dann brauchen wir das schnell auf hier die ddd Schön am Wasser lang. Boah, es ist echt riesig hier. Nein. Du musst wieder weg. Danke. So, dann ist hier nämlich Schluss. Dann kommt hier noch eine Tür später rein. Hier werde ich räumlich abtrennen. Dann haben wir hier den kleinen Flur. Ja. Ach, das wird schon schön. Das wird schon schön. Bestimmt. 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 Moment, ich hoffe, ich alles wieder ab. Nein, natürlich nicht. Das wäre verrückt. Holzboden. Gibt es da eigentlich auch verschiedenen Holzboden? Ich weiß nicht. 80. So. Da kann man nichts mehr bauen. Wahrscheinlich, weil da schon welches liegt. Ich weiß nicht, wo ich da immer irgendwelche Töne höre. So. Das wäre einmal das. Das reicht uns hinten und vorne nicht. Ich sag's euch. Ach so, aber weil ich da doppelt und einfach draufkomme wahrscheinlich. Okay. Dann muss man hier das Gras wieder weg. Verschwind die Bus. So. Das auch einmal. Okay. Wann, wie viel wie viel Holz wir verbrauchen. Aber ja. Dafür haben wir es ja. Dann haben wir jetzt 99 nochmal hergestellt. Wie gesagt, das reicht sowieso auch wieder hinten und vorne nicht. Das sollte klar sein. Ich finde das super gemacht hier. Dass man es einfach nur so ziehen braucht. So. Da war es das auch schon wieder. Und hier liegt noch irgendwie Gedönse rum. Miss. Das ist natürlich blöd, wenn das nicht einfach weg geht. Okay. Dann sollte das jetzt aber funktionieren. Das war aber dann mache ich mal hier dicht. Dann komme ich in der Tür reinbauen. Ja, eine Tür, eine Tür. Okay, wir haben noch genau 97. Haben wir aber verbraucht. Nein, ne bitte. Ist ja unglaublich. dann passt das auch. Der Busch muss mal weichen. Sehr schön. Dann haben wir den Raum fertig. Hier müssen wir das Blumensamen Lübchen. Da ist das einfach kaputt gegangen. Was ist denn? Nein. So. Da ist das dicht. Dichti, dichti. da hinten auch fertig. Soweit das sagen kann. Bei dem Gras kann man natürlich nichts hinbauen. Da müssen wir erstmal weg machen. Weg. Weg. Ach, du blödes Gras gedringend hier. Eis schlägern ist die Mauer mit dem Eisenschwert hinüber. Ist ja auch schon unglaublich. So. Warum funktioniert das dann nicht? Weil da auch wieder Gras ist. Richtig. So. Geht das jetzt? Immer noch nicht hier. Okay, jetzt aber. So. So, ja, wenn dann schon anständig aussehen. Und nicht so. Das passt da hinten nicht. Nicht so unschön. Sehr geil. Dann haben wir das. Haben wir das. Dann kommt hier noch eine Tür. Und da noch eine Tür. Und da noch eine Tür. Wir brauchen insgesamt erstmal drei Türen. Drei. Ohne Holz ist es ziemlich schlecht. So, ja, haben wir nochmal Holz. Tut ja gut. Einmal, zweimal, dreimal, dreimal. Okay, man nimmt immer einen Platz weg, die Tür. Das ist ja auch toll. Aber halb so weit. dann ist dazu. Dann ist dazu. Und hier müsste eine Steintür. Ja, da muss unbedingt eine Steintür, weil das ist ja von außen genauso wie hier unten. Die muss auch wieder weg. Das stimmt so nicht. Du musst weg. 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 So, dann haben wir jetzt hier noch eine Tür und da noch eine Tür. Schade, dass sie sich nicht stacken lassen. Aber na ja. Aber na ja. Aber na ja. Kann man schon wieder was essen? Gut, dass ich jetzt nicht so eine Esswirtschaft habe. Das ist ganz cool. Okay, ja, aber das Lagerfeuer. Das können wir bei uns hinstellen irgendwo. Hier oben oder sowas. Dann mache ich hier oben richtig cool. So mit Camping und so. Leuchtet auch schön. Ja, Traum ab. Ein Traum. Da könnte man oben dann das Beet machen. Oh. Das ist der Amboss. Das haben wir alles schon. Die Werkbank. Und die kann man sogar auch schon. Alchemietisch haben wir. Wie Schrank können wir uns noch besorgen? Gletscherbruchstück. Wow. Da können wir eine richtige Küche machen zum Beispiel. Das ist nice, oder? Aber die müssen unbedingt noch das machen, dass man zum Beispiel den Herd drehen kann oder Gegenstände allgemein drehen kann. Nicht nur Türen oder so. Weil wenn ich den Kühlschrank drehen kann und etwaige Dinge, dann muss ich das alles immer hier oben aufstellen. Und dann sieht es einfach nicht mehr so pralle aus, glaube ich. Ja. Das muss man dann echt mal gucken.